Einmal. Da kannst du nur ins Boot halten. Das ist so wunderbar. Finalteilnahme der Swiss System Selex bei deinem 10-jährigen Jubiläum. Bongo, was bedeutet das für dich? Das ist etwas ganz Spezielles. Ich hätte mir das nicht im Traum einfallen lassen, dass das so rauskommt. Wir hatten zwar ein gutes Team, aber das ist einfach etwas ganz Spezielles, das man erreichen kann und speziell für die Jungs und die Vorbereitung, die wir gemacht haben, einmalig. Das war's für mich.